Hey, was geht ab, Leute? Team Mobil hier. Heute wieder so ein Random-Tag mit TPT. Der angebliche Boss, Chong, ist wieder aufgetaucht. Da haben wir einfach so einen Ruf einberufen, da müssen wir natürlich kommen. Obwohl ich gerade in der Uni war. Aber wenn der Boss ruft, hat man keinen anderen Wort. Ja Mann, da müssen wir kommen. Tate hat mich von der Uni abgeholt. Er hat sich mal die Uni-Sagen geschaut. Ja Mann, richtig geil. Da war noch lecker Eisessen jetzt. Mein verrückter Eismacher. Echt lecker. Bis auf Falafel-Eis. Kann ich mir vorstellen. Auf geht's von Tate in München. Bester Ort um Yu-Gi-Oh zu spielen. Dann schauen wir mal, was der Boss geplant hat. Ja Mann. Er schreibt auch die ganze Zeit. Steve ist auch hier. Alles klar. Sehr gut. Mit ihm wollte ich eh zwei Videos trennen. Hast du irgendwas zu sagen Tate? Ja Mann. Ich hab L2 weggepackt vom Fontaine. Aber egal, wir sind gleich da. Da haben wir noch von so einem alten Boss, Alter. Ich bin echt gespannt. Ja Mann. Der Steve ist auch da. Ein neues Mitglied. Den ihr jetzt kennenlernt. Ja Mann. Der macht eher so mehr online. Ja. Er ist nicht so der Real-Life-Spieler. Aber online ist auf jeden Fall immer dabei. Ihr kennt sich auch mit Decks, Karten und alles mögliche. Er ist da schwarz. Aber ich hoffe, dass er kein Schatten ist. Ja. So wie die anderen. Aber mit schon. Die Real-Talks kommen gut an. Was meinst du zu denen? Die beste. Real-Talks sind echt gut Mann. Richtig geil. Aber wir müssen schauen, ob sie vielleicht erweitern können. Weil wenn wir jetzt alle schon haben, dann ist er vorbei. Ja. Der zweite ist zu Hause. Es gibt noch ein paar andere Verrückte außer uns. Die hier sind. Die hat er umhört und fragt sich, ob er den Jägen kommt. Was ist das? Die gibt es ja vor live oder was? Der kostet's ja. Tod. Richtig Tod. Lass die zu uns kommen. Die gehen nicht zu denen. Die sollen zu uns kommen. Dann gehen wir da hin. Sag mal Totti. Ein kleines Realtop ganz kurz dazwischen. Was ist los? Wie soll ich... Schau mal doch der Boss zur Zeit, oder? Ja, Mann. Und er ist schon abgehauen, oder? Ja, und zwar auf dem Urlaub. Hat man seine Abwechseite überhaupt bemerkt? Eigentlich nicht mal. Null, Alter. Ich liebe es sogar besser. Ich liebe es sogar besser. Wir haben viele Videos gelebt. Ja, wir haben alles geschafft, Mann. Das, was ich eh noch von dem Bruder machen wollte, die ganzen Videos mit FD und alles, Kaiser und bla, hat er nicht mehr geschafft, Mann. Oh mein Gott, Joel, mein Bruder! Was geht ab, Fatih, Alter? Was geht ab, Mann? Was geht ab, Mann? Ich bin back in town, Alter. Ich bin wieder langer, Mutterkopf. Geil nach. Ja. Der Schock hat mir da geschickt. So viel zu nur FC ist. Ich meine, ich hab eh nichts zu tun. Digga, wo hast du mein Ding dabei? Oh mein Gott, ein Geschenk für Horn. Hast du mein Schlüsselanhänger dabei? Ja, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Geschenk für Tati. So steht da mein Name drauf, oder? Und ein Geschenk für Steve. Und der Rest des Teams ist nicht da. Mach mal Loppe, Ding. Schau mal, wo warst du? Thailand. T-Hiland. In Thailand. Schau mal, was in Thailand es alles gibt, Alter. T-Hiland. In Thailand. Schau mal, was in Thailand es alles gibt, Alter. Was ist das? Kann man das essen? Es scheint sehr gesund zu sein. Einfach nur Zucker, Farbstoff und Gelatine, Alter. Schau mal auf. Es mal. Nein. Was ist das hier? Das glaube ich so was wie Center Shop. Irgendwie so ein... Irgendwie so... Irgendwie so... Das... Glatzt im Mund, Alter. Oh mein Gott. Da steht immer ein Name drauf, Alter. Das ist bei Josef. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Mann. Bei dir auch. Ach, das hast du drauf geschaut, oder? Kann man den machen lassen dort. Naja. Oh mein Gott. Richtig geil, Leute. Richtig nice. Und hier so ein paar Dutis, Leute. Ich höre meinen Affe auch mal rein. Schwarz. So muss es sein. Oh mein Gott. Ich habe erst zu spät gesehen. Es gab einen Pikken. Oh mein Gott. Ich habe einen Pikken zu spät gesehen. Oh, doch. Ja, Mann. Richtig nice, Leute. Das ist schade. Richtig nice. So. Mal schauen, was gibt's Neues noch. Schwarz. Ich weiß nicht, was ich aussah. Lieberall diese... Lieberall diese... Lieberall diese... Lieberall diese... Lieberall die einen Pikken. Ich bin gespannt, Leute. Ja, jetzt kriegst du Ding, Mann. Jetzt kriegst du Hautkrebs, oder? Ja, Mann. Richtig exakt. Schwarz. Jeder erwartet. Hautkrebs. Ich so. Ich so. Ich so. Englisch, bitte. Und ich so. Oh! I think you, Thailand. I think you, Thailand. Was geht so ab? Erzähl es mal, was es Neues gibt? Nichts. Das passiert alles. Das ist geheim. Aber du spielst... Links, Mann sogar. Ganz da hinten, Alter. Weil ich hab auch... Die Straße runter links. Ja, wo war's da hinten? Gar als ganz so. Nein, ich hab... Weißt du, bevor du in die Straße reinfährst, hier? Die Seitenstraße? Da vorne. Oh mein Gott. Aber richtig krass. Aber... Das war auch eine Witz. Du spielst Placeman auch. Du holst Person auf die Hand. Dann kannst du da ja abgehen, oder? Schon, ja. Schau mal, Mann. Ich weiß echt nicht, was Placeman genau sagt, aber... Das ist der, der sagt... Warte. Ist das der, wenn er normal beschworen wird, dass das... Ja. Oder du kannst sogar dann auch ein Element in den Drave legen, oder? Oder... Dann hat er dann den Effekt von ihm. Wir haben gerade ein Video mit Steve gedreht. Warst du beeindruckt? Warst du beeindruckt? Der war echt gut. Der war echt gut. Ansonsten... Ja, Mann. Echt Potential. Hoffentlich sehen wir öfters. Ja, schon. Wolle eh sowieso ins Team, aber er fällt noch nicht, weil er... Noch ein bisschen weiter sein möchte. Aber ansonsten... Nee, das ist tatsächlich eine richtig gute Idee. Er wird schon. Oh mein Gott. Ich hab Steve auf eine Idee gebracht, Leute. Mit den E-Heroes. Mit Prisma, Mann. Prisma, Mann. Prisma, Mann. Du kannst die Phyto-Verfekte triggern. Oder muss Prisma sagen, dass das Monster genau benannt werden? Genau benannt. Ja, aber du hast ja zwei davon. Nein, er hat doch zwei davon. Das eine kannst du nicht nehmen. Da steht zwei Lunar-Monster. Ja, aber das ist das erste... Ah, das ist ihr Ding. Das sind ja Fusions. Ah, fuck. Okay, tot, Alter. Zu früh gehalbt. Zu früh gehalbt. Egal, Prisma trotzdem guckt. Die Magisten zu krass, Leute. Die haben Kapppreise von Prisma schon hochgetrieben und so. Der wird dann einen Schapanik-Einkäufe gekauft. Du musst doch finden den Magier weg, Mann. Der ist wie zu krass. Welche Magier? Achso, jetzt einmal das hier mal. Ich will wissen, wie das schmeckt. Ah, das ist dein Eignis auch. Ich hab dein Eignis auch. Ich hab kein Eignis. Ich hab kein Eignis. Dann mach einfach den Schatten auf, Alter. Scheiß auf die, Alter. Jetzt habt ihr nichts. Ja, ich mach schon. Schau mal. Es sind eh mehrere drin. Ich will eins nur essen. Haltbar, haltbar. Was ist das überhaupt? Nicht, dass ich aufmache und es sind so, keine Ahnung, so. Mal atmen oder so. Leute, ich hab mal atmen gegessen. Das ist wie so bei Dingen, Leute. Wie so bei Harry Potter. Du beißt dann auf und dann wummelt das Ding wie so Spuck oder so. Ja, ja, ja. Ja, schwierig. Verstehen. Kann die? Aus. Nee, John, willst du nicht das Geld mehr essen? Nee. Warum willst du das Geld mehr essen? Oh mein Gott, ist so ausgelaufen, Leute. Schau mal an hier. Na ja, stimmt. Oh, heftig. Egal, ich geb's die, wo wir da kommen. Kommt noch dran. Experiment eins. Kein Problem. Ich ess schon das Geld. Ist der Masch, oder? Das ist das Blit, oder was? Das ist sauer. Ist sowas wie Centosh, Schock. Aber das hat sie irgendwie im Mund so... Tati juckt das gar nicht, er ist ernsthaft. Er fühlt sich einfach so Falafel-Eis. Ja, man, war echt... Falafel-Eis. Was? Wie ist das denn? Falafel-Eis? Da hat Eis rein. Ja, Falafel-Eis. Verrückter Eis machen. Verkennst du doch mal. Verrückter Eis machen. Ach so. Oh mein Gott. Wir haben so einen Falafel und nachher so Eis reingetan. Aber er isst halt so Paprika in die Welt, aber war echt lecker, man. War eigentlich lecker. Ja, komm, war eigentlich lecker. Weil du musstest Döner essen. Hau ab, war ja. Döner war so geil. Weißt du, warum? Du isst einen Lappel, du schmeckst die Zwiebel raus, du schmeckst das Fleisch raus, du schmeckst den Knoblauch raus. Einfach tot. Ja, tot, genau. Jemand. Ja. Wie kann er das spielen, wenn es noch nicht rausgekommen ist? Naja, er hat geproxt halt. Wer spielt das? Er hat das alles so ausgedruckt. Er spielt immer so nebenbei gegen Norbert. Wieso sagst du nichts? Spiel Norbert immer noch Samurai. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Da geht mir Scheiße raus. Ah, okay. Black Wins 2.0. Oh mein Gott, wie geht das auf hier? Brauch ich eine Sterne für oder was? Glaubst du das? Oh, 3. 1.0. Und ich brauche Pendulum Rising. 2.0. Ja, schon wieder. 2.0. 3.0. 2.0. 3.0. Ich will das schon essen, aber ich krieg's nicht mehr auf, Mann. Nicht, dass du hier rumspürzt, Tati. Das ist das Ding, Mann. Das ist fest. Echt? Ich dachte, das ist für Flüssigkeit. Das ist flüssig, Mann. Ich hab keine Ahnung. Das ist doch flüssig, Mann. Das ist doch nicht fest. Das ist Chilet, Mann. Das ist Chilet, Jungs. Das ist Chilet, Jungs, Alter. Chilet, ja. Ich hör so alles auf mein Hemd, so jetzt. Boah, das ist doch Chilet. Ach, kann ich das hier austrinken, Mann? Ja. Ja. Wir haben gerade gehört, Chong will bei seinem eigenen Turnier mitspielen. Was hältst du davon? Oh mein Gott. Ach so, du hast gar kein Mikrofon. Ne. Leute, ich weiß gar nicht, was der Tipp sich einbildet dort. Ohne Scheiß, Mann. Ja, es ist Tirol, wenn sie bei seinem eigenen Turnier mitspielen. Ja, das ist völliger Bullshit, Mann. Ja. Ja. Ja, was, wieso? Ja, für euch sind wir organisiert, Mann. Das ist halt so. Für euch oder für dich? Für dich selber. Wieso für uns? Ich bin nicht mal da, Mann. Ja. Das ist der gute Großteil für mich. Chillen wir immer nach Funtay München. Die Cosmo Voice. Labern die ganze Zeit über ihre Cosmo-Karten. Träumen von allen möglichen Karten. Labern über die Artworks und was für Cosmo-Karten. Das sind... Mocha ist dieses eine Monster da? Ich schwöre, das interessiert echt gar keinen. Außer die. Der Löwe, der gibt's für mich halt keinen Sinn. Der Löwe ist nicht Chewbacca. Ah, ja. Ja, schau. Die können doch nicht Chewbacca bringen, aber eigentlich kein Duder. Wieso? Die haben auch keine Ahnung. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, so hat Solo. Der hat Chewbacca geworfen. So ist Lea. Wo ist das mit dem Menel und Falke? Ohne Scheiß, der bleibt ein Siebender. Warte, wir haben doch noch andere. Warte, wir haben noch andere. Wieso? Nein, das ist nicht für den Menel. Dogfighter haben wir auch noch weiter. Ja, Dogfighter und Ding gibt's auch. Ding, Delta Shuttle. Delta Shuttle. Delta Shuttle ist Ding. Es ist, wo die immer Princess Lea und so. Ja, Mann. Das sind die Schiffe von den Bösen. Diese kleinen. Okay, wer ist Goodwitch? Yoda, Obi-Wan oder irgendein anderer Idee. Vielleicht der andere? 2-Gon. 2-Gon. 2-Gon oder so. Yoda? Oder ist sie vielleicht Yoda? Ne, ist sie sicher nicht Yoda. 2-Gon. 2-Gon oder so krass und dann kommt's ein Ding. Obwohl, es kann auch sein, dass Farmer Obi-Wan ist. Weil die Kämpfe eben kostbar schwer ist. Ja, stimmt. Die kämpft da. Und Obi-Wan hat sie. Das ist doch die hier, Mann. Ja. Aber wenn es Qui-Gon ist, dann ist es nur Obi-Wan. Das hat keinen Sinn, ich weiß. Farmer oder so. Oder er ist Obi-Wan und das ist Anakin Skywalker. Er ist Obi-Wan. Ja, er ist Obi-Wan. Die haben nie gegen Darth Maul gekämpft. Darth Maul hat genug gegen Qui-Gon und Obi-Wan gekämpft. Ja, aber das kann nicht sein, Mann. Was ist auf Cosmojo drauf? Tatooine. Ja, und ein Ding auch. Ja, und halt Starkwitch. Darth Vader haben die auch nicht gemacht. Aber das kann nicht Obi-Wan sein. Was ist das? Man hat Darth Vader bei Obi-Wan das gemacht. Wobei, in Infinity War war das. Nee, wir haben nur mit seinen Schwertern. Ja, genau. Das kann nur ein Ding sein. Anakin Skywalker. Nein, nicht normal. Er ist Anakin Skywalker. Luke Skywalker. Das kann doch Luke sein. Ja, ja, muss Farmer hören. Ja, und das ist Tempo. Aber Luke hat doch nicht gegen Qui-Gon. Das ist Tempo. Was ist da? Dark Lady? Wer ist Dark Lady? Nein, nicht Tempo. Nein, das ist Ding nicht Tempo. Wie heißt die Stadt? Coruscant. Ja, genau. Was? Wer ist was? Wer ist Dark Lady? Der ist Darth Vader. Echt? Ja, ja. Das ist Darth Vader. Entweder das oder das ist der Imperator. Das wird mal sehen. Dieser Imperator viel zu schwachen. Einiger ist Darth Vader auch zu schwachen. Ganz ehrlich. Ja, ja. Und der ist halt... Ähm... Ja. 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 Es muss ein Yoda geben. Es muss ein Leia geben. Es muss ein Leia geben. Weil ohne sie gibt es die ganze Star Wars Story eigentlich nicht. Ja, genau. Theoretisch. Weil sie haben ja den Auftrag geschenkt, die Frauen zum Ulan zu finden. Was? Achso. Noviwan hat ein Ende genug genommen. Wir werden sehen. Achso. Du weißt jetzt... Die ersten drei Teile sind nämlich nie passiert. Ja, die Leia hatten Leia, ja. Ja, die Leia hatten Leia, ja. Das gibt es für mich nicht. Ja, Mann. Hier gebe ich dir recht. Der Endschlecht, Mann. So schlecht. Also es muss ein Yoda geben. Es muss ein Yoda geben. Es muss ein Yoda geben, es muss ein Leia geben. Das sehe ich da. Der Endschlecht. Der Endschlecht. Das ist wie sie zu finanzieren, oder? Du musst sie doch machen wegen der Ding, wegen der Zauber vom Oster. Ja, das ist ja kein Oster, oder? Wieder mal hat es schon keine Ahnung mehr. Ich weiß, was ist passiert? Das ist ja richtig. Eher so Thailand. Thailand. Oh mein Gott. Wie schützt. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab, unsere Beschreibungen. Checkt unsere Facebookseite ab. Und nicht vergessen, leidet es nicht.